Musik Herzlich Willkommen zu unseren Duttweiler Weinblüten Musik Duttweiler Weinblüten Bei dieser Weinpräsentation stellen 15 Duttweiler Weingüter einige ihrer schönsten Blüten, die gelungensten Weine, vor. Diese Weinmesse findet in einem ehemaligen Duttweiler Pfarrkarten statt und bietet Ihnen ein ganz besonderes Ambiente. Musik Jedes Weingut präsentiert vier Produkte. Ein Riesling, ein Burgunderweißwein, ein Rotwein und eine ganz besondere Spezialität, die Sie unbedingt probieren sollten. Musik 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 Duttweiler Weinblüten, ein ausgesprochener Genussabend. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020